Nee, das war jetzt auch nicht. Der Börner. Ja, ja, was gibt's? Ich hab zwar einen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist hier das Tekar. Tekar Baha. War das nicht der Typ, da nachher in seinem Ventilator hängt? Der einbeinig... Das einzige Stelle, die ich mich noch erinnern kann. Wo wir da reinkommen, der da hängt und da rumschwebt die ganze Zeit. Hä, wo komm ich denn her? Ähm... Da lacht er, mein Typ lacht er noch so dreckig. Er hat schon explodiert in allen... Da ist noch einer. Oh Gott. Alter! Ja. Das gibt's doch nicht. Ungenau als Fakke, ey. Das... Das ist für'n Sniper, gell? Leck mich! Da hab ich wahrscheinlich... Treffen einfach überhaupt nichts. Fadenkreuz geht auch drauf. Der Schuss geht fünf Kilometer weit. Du! Noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest dein Gesichtsausdruck sehen sollen. Alles. Solltest du mal deins nehmen, wenn du am Wettker da hängt? Warum kommst du nicht her? Wir plaudern ne Runde. Ist immer schön gesellschaftssam. Der hat doch echt'n Schuss, der Kerl. Wir sehen uns später. Später, ja? Später, ja? Ja, wir sehen uns später. Mhm. Alter. Boah, diese Zielhilfe, die geht einem schon ein bisschen auf'n Sack. Ja, aushalten. Ich glaub, das mach' ich auch. Der Controller eigentlich nicht interessant. Äh... Gamepad? Nee. Spieleinstell... Ja. Völlig uninteressant mit der Maus. Brauchen wir keine Zielhilfe. Hä? Ach. Ich mach' die Schrotwinde weg, weil, ganz ehrlich, die schießt so langsam. Oh, du spielst Borderlands. Was ne Überraschung. Ah! Hab' ein Medikit in die Stärke. Kann das auch, ich werde immer noch besser. Ah! Ah! Ei, ei, ei! Also jetzt läuft das Spiel so ein bisschen langsam an und später... Puh! Wie viel EP kriegst du, wenn ich jemanden töte? 47 glaub ich... Warte... MEIN GOTT! Ja, 47... Hätte ich nur gesagt, sie soll eine Granate kaufen... Hier kriegst du deine... Warte auf, sie müssen kein Messierer Schütze werden! Sie müssen nur mehr Kugeln verschießen! Hm... Was ist denn das hier? Warum liegt hier ein Snipergewehr? Warum hast du das getan? Weil ich das nicht brauche! Na, plus 800% kritischer Trefferschaden... Oder plus 200%! Dafür ist es ein bisschen stärker, deswegen liebe ich niemandes andere... Ist glaube ich... Sinnvoller... Nein... Nein... Dein Glück? Ich schieße nur auf Steck... Meistens jedenfalls... Sie kommen Das kann doch nicht sein, oder? Hey, aber was ist das denn? Es kann nicht sein, dass es nicht trifft Wenn man genau drauf ist Hat das irgendwie Travel Time? Oh, da muss man zurück Hä? Irgendwas stimmt doch noch nicht Naja, das ist Borderlands 1, ne? Ich glaube, das ist so 2009 oder 2008 Alter Ja, das ist so Ach, ja Ich werde nicht gehört Aus Alles klar Das ist ein Vogel Er ist ein bisschen durch Munition Was ist das denn hier? Revolver Munition Ja, nehmt mal mit Paketen? Ne Speicher Deck Upgrades Repeater Pistolen Sniper Und Comet Rifle Jawoll Sehr schön Pah Ich hör die ganze Zeit jemanden reden Ich glaube, dass ich das bin Hä? Ein Haufen kleiner Zwerge Nimm das Da Deine erste große Prüfung steht vor der Tür Ich hoffe, du bist gut gewappnet Ich kann jetzt scale Nice Mach das mal, ne? Wie setze ich das ein? F Hä? Hä? Warum stehen die Statuen von Miguel? Ciao Ach das Arena Ja, richtig Hast dir den Falschen rausgesucht Hast dir den Falschen rausgesucht Ah Ich war schon wieder im Chat irgendwie Geh weg von mir Du hässiges Vieh Ich habe irgendeine Waffe eingesammelt gerade Hä? Ja, mit dem Mega-Shit ist es ja nicht gerade Unsere Waffen sind eigentlich noch viel zu mächtig Verkaufen 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 Siehst du das? Was da unten liegt? Ne, der ist ja nur schwarz Ich weiß nicht, ob das irgendwas zum Einsammeln ist oder einfach nur Was hässliches Ein Stück von Von einem Vieh oder so Warte mal Ich geh einfach mal runter Okay Es ist nicht zum Einsammeln Wie, das war der erste Schritt auf meiner Reise? Dass ich gestorben bin oder was? Wissen Es gibt die Kammer Man wird versuchen, dich abzulenken Dich auszunutzen Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abdringen lassen Die Kammer ist hier und wir finden sie Diese Welt ist voll in Gefahr Hä? Ich bin mir nicht genau sicher, was gerade passiert ist Alter Mal explodieren die immer, wenn man auf die schießt Was? Was ist das? Wissen Was 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 Das Was Was Ich Wissen Was . Heieiei, was ist denn hier los? Ich glaube auf jeden Fall ein Scale-Punkt Elementar Feuerrate klingt gut Das nehme ich Ach ne Die kam mir bekannt vor Ich drücke immer F um, wo ich V drücken will Gab's da drüben nicht mehr irgendwas? Ach Zumindest ne Kiste gibt's hier Hallo? Geh weg von mir, du hässliches Vieh Da unten ist irgendwo noch was Kommt da nicht irgendwann so ein riesiges Vieh raus? War da nicht mal was? Weiß nicht Was ist das denn? Ein Schild? Nein, dieses Schild war... Geil Also es gibt auf jeden Fall Fallschaden Anders als im zweiten Teil Wo es überhaupt keinen Fallschaden gibt Kann man nicht einfach da hinreißen? T-Bone Junction Tartarus Station Der Underdome Ach, das sind die ganzen Addons oder was? L-DLC Kann man ja auch noch machen danach Die LCs haben wir anders gemacht Erstmal ein bisschen Ein bisschen rumlaufen Lass mal gucken Ja Wo ist denn der hässliche hin? Hängt der schon an seinem? Ne Leider nicht Du bist kein Skag, oder? Mann? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Skag Meistens Achso, ich meine Ja Next level Oho Wenn du mal irgendwas brauchst Irgendwas Sag mir einfach Bescheid Äh Hm Ich skid das hier voll Und danach gehe ich hier rüber Gibt es hier keinen Autorun Irgendwie Was sagt man dazu? Du hast 9,000 gekehlt Du solltest mir ein Brink besorgen Damit wir das feiern können Sieh auf dem schwarzen Bett nach Aufsonst noch einen Job für dich Hey Ich habe das Gefühl Sobald die Gegner laufen Ist die Hitbox komplett Für den Arsch Wenn die stillchen geht das Aber sobald die anfangen Sich zu bewegen Ist vorbei Ich muss dann aber auch gleich Kurz mal Pause machen Oha Ähm Wäsche rausholen Oha Wäsche Und mal kurz zur Apotheke gehen Jetzt müssen wir wieder dahinter Müssen wir da nicht Oh mein Gott Lass die Quest noch machen gerade Oder? Ja Ui 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 Ah! Ah! Ah!